Hallo und herzliches Willkommen, mein Seils, Lukas Max, heute die neue Grand Theft Auto Event Woche vom 12.09. Ich würde sagen, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit dem Video. Als allererstes ist ein neues Grand Theft Auto Online Auto rausgekommen und zwar der Krieger. Der Krieger ist jetzt für 2,8 Millionen GTA Dollar verfügbar und das neue Gewinnauto im Casino ist der Gauntlet Classic. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Rabatten von dieser Woche und zwar gibt es 30% Rabatt auf den Infernus Classic, auf den Ardent, auf den Clique, auf den Divant, auf den Yester Classic, auf den GBS 200, auf den Hotwing, auf den Dominator GTX und auf den Shatter Classic. Dann gibt es noch 40% Rabatt auf Fahrzeugbremsen, Motor, Turbo, Getriebe, Spoiler und Federung. Dann gibt es noch 40% Rabatt auf alle 8 der Nasty Garagen und auf Casino Penthouse Garagen. Und jetzt kommen wir zu den Twitch Prime Rabatten von dieser Woche und die wären 70% Rabatt auf das Rampenauto und 70% Rabatt auf den Fenton Red Girl. Sorry, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Und dann gibt es noch 10% Rabatt auf alle Rabatte von dieser Woche. Und jetzt kommen wir zu den Doppel-RP und Doppel-Geld-Missionen von dieser Woche. Und die wären... Und es gibt Doppel-Geld und Doppel-RP auf Stun-Rennen, auf 14 ausgewählte Landrennen, auf das Side-Fahren Up and Atom, auf das RC-Side-Rennen, Little Soul Park und yes. Ich glaube, das war es soweit mit dieser Event-Woche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, euer Luca und ciao, ciao.